Sie schläft jetzt ganz fest, ja? Wenn was sein sollte, ich hab mein Handy immer an. Wow, toll getroffen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Kann ich auch mal sehen? Erst wenn's fertig ist. Kinn hoch. Was hast du denn sonst so in Paris gemacht, außer studieren? Ach, gegessen. Schlafen, getrunken. Und die Jungs? Dafür hatte ich natürlich überhaupt gar keine Zeit. Na hör mal, also wenn ich in Paris studieren würde, ja? Ja. Dann würde ich mindestens zweimal jemanden einladen in der Woche. Hab ich auch ordentlich Gas gegeben. Was denkst du denn? Und das Beste war, es hat niemand interessiert, ob ich von Lahnstein oder sonst wie heiße. Gott, oh Gott, das wär mir viel zu stressig, die High Society. Ich möchte nicht mit dir tauschen. Da gehörst du aber zur Minderheit. Die meisten Frauen, die ich kenne, die würden sonst was dafür geben, mal über den roten Teppich zu laufen. Ach, weißt du, rot ist sowieso nicht meine Farbe. Lars, kommt hoch. Was, was machen wir denn hier? Ich auch nicht. Ich hab den noch im Keller geschickt, irgendeine Kiste holen. Ich hab den noch im Keller geschickt, irgendeine Kiste holen. Ich hab den noch im Keller geschickt, irgendeine Kiste holen. Ich nenn das auf, Lars. Das ist Carla, ne alte Freundin von mir, die lange im Ausland war. Wo denn? Ruisa? Tut mir leid, ich bin Lars. Hallo. Sorry, ich hab gar keine Zeit mehr. Ich muss jetzt los. Ja? Vielleicht kann ich uns mal. Okay, Hanna, ich meld mich bei dir. Ja. Ciao. Tschüss. Besuch für dich. Hallo. Hallo. War ja ein ziemlich abruptes Ende gestern. Tut mir leid. Ja, konnte ja keiner ahnen, dass der Freund plötzlich auftaucht. Könntest du dann bitte nochmal die Liste für die Auktion abgleichen? Aber klar doch. Ja, setz dich doch. Kaffee? Ähm, nein, ich muss gleich wieder weg. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, was machst du denn heute Abend? Noch nichts Spezielles. Ja, dann würde ich dich gerne zum Essen anladen. Okay. Mit einer kleinen Änderung. Statt ins Restaurant gehen wir ins Molotow. Okay.